Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 38.700 US-Dollar. Wir bewegen uns übers Wochenende relativ wenig. Ist meistens üblich so, dass am Wochenende wenig passiert. Trotzdem müssen wir auf einige Punkte achten. Wir schauen uns auch noch ein paar Altcoins an, was gestern vor allem im Livestream dann nochmal so deutlich geworden ist, welche Pattern jetzt vor allem möglich sind. Was die nächsten Stunden vielleicht für die nächsten Tage jetzt auch zu erwarten ist. Schauen wir uns jetzt ganz genau an. Am besten startet ihr gleich damit, erstmal dem Video ein Like zu geben, den Kanal zu abonnieren. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt durch. Momentan, wie gesagt, bei 38.700 US-Dollar. Wir hatten heute Abend oder heute Nacht, besser gesagt heute Abend, gestern Nacht oder heute Nacht halt nochmal einen kleinen Wig nach unten in dem Bereich von ungefähr 38.200 US-Dollar. Wir haben diese zwei und drei Stunden Demand-Zone, also Support-Zone angetestet. Die vier Stunden E-Mail-Ribbons halten momentan noch als Support. Wir könnten jetzt auch mit den nächsten vier Stunden Kerzen, ich sag mal im Laufe des Tages, vielleicht noch ins Grüne, also ins Bullische, flippen. Grundsätzlich. Trotzdem bin ich noch nicht so wirklich von dieser Bewegung überzeugt. Wir haben abfallendes Volumen, klar ist das Wochenende. Dazu nehmen wir uns jetzt nochmal ganz kurz das FIP-Level einfach zur Hilfe, um vielleicht rauszukriegen nochmal, in welche Richtung es gehen kann. Wir sind momentan hier unter 0.236er, haben fast das 0.382er angetestet. Ich bin immer noch dafür zumindest, was zumindest logisch wäre, dass wir hier einfach nochmal in das Golden Pocket reingehen. Wir wären dann mittlerweile genau hier bei unserem ehemaligen Wedge-Pattern. Das wäre perfekt der Retest. Das Golden Pocket liegt in dieser Area und kurz darunter ist auch noch eine 1- und 2-Stunden Demand-Zone, die auch nochmal Support geben könnte. Also das wäre so für mich jetzt erstmal die Option, da unten wieder eine Long-Position aufzumachen. Wir hätten dann auch noch übergeordnet. Gehen wir jetzt gleich mal drauf ein, also dass wir dann hier ein mögliches Inverse Head & Shoulders-Pattern bilden. Wir haben hier drüben die linke Schulter, wir haben den Kopf und dann würden wir jetzt einfach hier noch die rechte Schulter bilden, um eine Trendwende stattfinden zu lassen. Inverse Head & Shoulders ist immer ein Zeichen von einer Trendwende. Jetzt gehen wir mal einfach noch auf den Daily Chart. Da können wir nämlich nochmal genau sehen, wir sind weiterhin in Play. Ich mache mal kurz das Grüne weg. Wir sind weiterhin in Play, hier einen wunderschönen doppelten Boden zu bilden. Und dann auch ein Trendwende-Pattern nach unserem All-Time-High, sage ich mal, wäre das jetzt wirklich eine Trendwende. Müssen wir natürlich gucken, ob sich das weiter ausspielt. Wir haben bis jetzt noch kein Lower Low hier gebildet, also vom Daily Chart, sage ich jetzt mal her. Es ist auf jeden Fall möglich, nochmal hier in dieses Golden Pocket reinzukommen. Es wäre nicht verkehrt, würde auch die Struktur, sage ich mal, jetzt nicht sonderlich ändern. Wir hatten auch hier drüben, sage ich mal, die zweite Daily Candle war da ein bisschen höher, die dritte hatten wir da im Wig nach unten. Also es ist auf jeden Fall möglich, hier noch bullisch rauszukommen. Solange wir hier einfach so sanfter nach oben steigen, ist das alles noch im Rahmen. Die Daily EMA Ribbons geben uns momentan noch sehr großen Widerstand. Man sieht es hier, wir sind reingedippt und sofort abverkauft worden. Bisher haben wir es auch nicht wieder drüber geschafft. Der Monats-Pivot liegt hier noch im Weg. Also es wird auf jeden Fall die nächsten Stunden beziehungsweise auch die nächsten Tage sehr interessant werden, ob wir hier diese Struktur am Laufen lassen können oder ob wir hier einfach weiterhin seitwärts gehen und dann irgendwann mal eine Range bilden, wo wir dann erst einmal hin und her traden. Ich meine, geopolitisch haben wir sowieso keinen Einfluss drauf, wie das weitergeht. Ansonsten möchte ich aber, wenn wir jetzt hier runtergehen, einen impulsiven Move dann aber auch nach oben sehen. Also ein impulsives Breakout mit ansteigendem Volumen, so wie wir es hier drüben hatten. Also sowas müssen wir einfach dann kriegen. Also wenn wir hier runtergehen in das Golden Pocket oder in diese Area, einfach einen schönen impulsiven Move, vielleicht Reshape, Recovery oder sowas in der Art, einfach nach oben durchbrettern, in Richtung Monats-Pivot hier durchbrechen und dann den Monats-Pivot und vor allem den 200er SMA, der hier auch bei Bitcoin momentan sehr essentiell wichtig ist. Man sieht es hier drüben, war ja noch Support, dann Widerstand und seitdem haben wir es auch nicht mehr nachhaltig drüber geschafft. Also auch bei Bitcoin anscheinend auf dem 4-Stunden-Chart. Ordentliche Probleme mit dem 200er EMA plus SMA, also gelb und lila Linie hier. Wird auf jeden Fall interessant. Monats-Pivot noch bis 1. März. Ist ja jetzt auch nicht mehr lange, sag ich mal. Und dann gibt es auch die neuen Pivots, werden wir dann mal sehen, ob der alte dann überhaupt noch gültig ist. Ansonsten schauen wir uns mal noch ein paar Altcoins an, weil bei Bitcoin gibt es momentan wenig zu reden. Wie gesagt, es ist Wochenende sowieso. Am besten Finger weg von Trades. Ethereum etwas oder minimal bearischer, sag ich mal. Wir haben hier diesen Abtrend gebildet, sind nach unten jetzt mittlerweile ausgebrochen. Auch hier die 4-Stunden-Email-Ribbons geben uns weiterhin wieder Support. Der 200er SMA, auch hier wieder Widerstand. Wir können mal gucken, ob es mit unseren 4% übereintrifft, sagen wir jetzt mal hier. Von den letzten Candles wäre es auch wieder hier mit 2,6% ein guter Entry gewesen für einen Short. Also ihr kennt es, 200er SMA auf dem 4-Stunden-Chart. Ist einfach Bombe, um irgendwelche Altcoin-Trades reinzugehen momentan. RSI hat auch gepasst, über 60. Darauf sollte man immer ein bisschen achten. Ansonsten nach unten hin ausgebrochen. Momentan, wie gesagt, ein bisschen Support hier. Aber auch hier gilt, wir haben unser Golden Pocket hier im Bereich der 2.560 bis 2.600 US-Dollar. Es ist nicht unwahrscheinlich, jetzt einfach hier runterzukommen, auch hier sich Liquidität abzuholen, um dann ein Inverse Head & Shoulders zu bilden und dann ein bisschen Trendwende hier einzuleuten. Weil wir sehen, Ethereum ist momentan wenig eigenständig. Normalerweise hatten wir immer so, ja, Ethereum performt Bitcoin aus, aber es orientiert sich sehr viel einfach nach Bitcoin. Geht jetzt Bitcoin weiter runter, werden wir bei Ethereum auch diese Marke hier unten auf jeden Fall treffen, wenn nicht sogar in den Bereich von 2.500 US-Dollar, weil hier unten auch noch eine kleine Demandzone ist, mit frischer Liquidität. Volumen ist auch abnehmend. RSI relativ noch weit oben, sage ich mal, dafür, dass wir jetzt schon wieder ein bisschen nach unten gegangen sind. Also die Chance ist einfach höher, dass wir jetzt vielleicht entweder heute im Laufe des heutigen Tages oder morgen nochmal einen kleinen Breakdown nach unten sehen, um dann hier wirklich das bullische Chart-Pattern auszubilden, um für nächste Woche eine Trendwende einzuleuten. Schauen wir uns noch ganz kurz ADA an. ADA im Endeffekt gleiches Spiel, das haben wir gestern so im Livestream eingezeichnet. Also nicht wundern, ist schon relativ vieles vorgezeichnet. Überall das gleiche Spiel. Wir haben unser Golden Pocket hier unten in diesem Bereich zwischen 0,81 Dollar, 0,82 Dollar. Natürlich viel Liquidität in diesem Raum. Inverse Head & Shoulders auf jeden Fall möglich. Was aber gestern auch noch wichtig war zu sagen, wir bilden momentan bei sehr, sehr vielen Chart-Pattern, also bei vielen Altcoins, momentan dieses Inverse Head & Shoulders. Es ist sehr, sehr offensichtlich, was sich da anbauen könnte. Deswegen ist die Frage, ob es sich dann wirklich ausspielt. Auch mit dem Golden Pocket und sowas. Ich habe gestern auch schon im Livestream gesagt, viele Support-Zonen liegen hier eher im Bereich des 0,786ers. Heißt, viele werden vielleicht beim Golden Pocket reingehen, werden dann racked und wir gehen einfach dann ins 0,786er, dann den Stop-Loss vielleicht da drunter setzen. Also es sind so Möglichkeiten, die schwirren mir gerade im Kopf rum, sage ich mal, ist mir aber auch wichtig, euch mitzuteilen. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ja, wir longen hier alles in das Golden Pocket und dann sind wir racked und dann geht es erst hoch. Also das mal ein bisschen im Auge behalten, weil dieses Pattern sehen wir momentan bei sehr, sehr vielen Altcoins möglich auf dem 4-Stunden-Chart. Deswegen immer ein bisschen aufpassen und nicht überhebelt, vor allem in irgendwelche Long-Positionen reinzugehen. Schauen wir uns Luna an. Luna hat einfach weiter durchgezogen. Also unglaublich, wie wir durchballen. Wir sind fast bis auf 80 US-Dollar hier hochgestiegen. Man sieht es hier, der WIC wurde jetzt mittlerweile komplett aufgefüllt. Wir haben immer noch unsere kleine Widerstandszone hier in diesem Bereich. Die hat jetzt reagiert. FIP-Level habe ich gestern schon gezogen. Wir sind dann noch ein bisschen weiter nach oben gestiegen. Also mal gucken. Also hier fehlt auf jeden Fall langsam mal ein bisschen zumindest eine Korrektur, auch hier unten vielleicht in diesen Rahmen, wo wir unser letztes Hoch hier, also unsere letzte Close-Kerze, sag ich mal, nochmal antesten würden, auch in das Golden Pocket. Ansonsten die 4-Stunden-Email-Ribbons auf jeden Fall im Auge behalten. Der letzte Ribbon liegt beim Monats-Pivot bei ungefähr 61 US-Dollar. Die sollten halten, sollten wir weiterhin in einem Abtrend da natürlich drin sein. Ansonsten schauen wir uns noch ganz kurz die News an. Der erste NFT-Automat in New York City. Ja. Wer es braucht. Also, wenn ihr Bock habt, NFT, holt euch im Automaten in New York ein NFT, was weiß ich. Lest euch den Artikel auf jeden Fall durch, ist ein cooler Artikel. Schicke ich euch später noch in die Telegram-Gruppe. Ansonsten wünsche ich euch einen entspannten Sonntag. Genießt das schöne Wetter, falls bei euch schönes Wetter ist. Hockt nicht zu lange vor dem PC, hockt nicht zu lange vor den Charts. Genießt das Wetter, geht ein bisschen raus. Ansonsten bleibt alle gesund. Wir abonnieren... Wir hören uns morgen wieder. Ansonsten lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Und wie immer, stay crypto.